Hi Leute und willkommen zu meinem Video. Heute fahren wir zum Turnier, zum Geländeturnier. Heute, also gestern, hatte ich Dressurtraining und dann bin ich abends noch, dann durfte ich abends nochmal den Parkour abgehen für den Geländeturnier, das ich gleich reite und ja, dann sehen wir uns gleich. So, jetzt fahren wir los und ja, ich freu mich mega und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich abbreite. Mami! Ne, jetzt musst du pschst. Nächste Start, wenn Ami schreit, dann wäre der Kampel, der Start ist frei. Werden die Kampel, der Start ist frei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020